Leute, peace in würde ich mal sagen und ich streame nicht mehr auf YouTube, ich streame jetzt von Montag bis Freitag, auf jeden Fall täglich 18 Uhr ist wahrscheinlich immer ein Stream, aber es gibt auch unter den Tag Streams, darum auf Twitch gehen unten im Link und gleich mal followen, dass ihr keinen Stream mehr verpasst und ja, ein bisschen auf die Twitch App runterladen, weil dann kriegt man immer eine Benachrichtigung, wann wer online ist und dann könnt ihr alle meine Streams genießen mit mehr Freiheit auf Twitch Jo, und das war es eigentlich schon wieder, kurzes Video, peace out